Ende der Welt. Die tägliche Glosse. Ein Podcast von Bayern 2. Im Sport gibt es, wie überhaupt im Leben, unverbrüchliche Weisheiten. Der stilprägende Fußballlehrer Giovanni Trapattoni hat einige davon hinterlassen. Dessen bis heute markanteste Filippica über seine lustlos agierenden Bayern begann mit dem Satz Ein Trainer ist nicht ein Idiot. Einen so emotionalen Ausbruch, noch dazu vor laufenden Kameras, würde sich der amtierende Coach der deutschen Nationalmannschaft nie erlauben. Selbst in Sturmgewittern vernichtender Kommentare über seine Taktik oder Aufstellung der DFB-Elf und natürlich zum Spielstand nach Schlusspfiff äußerte Jogi Löw allerhöchstens Moderates wie Teile der Kritik halte ich nicht für zielführend und ermüden mich. Als er vor gut zwei Jahren das Trio der Rio-Helden Thomas Müller, Mats Hummels und Jérôme Boateng aus dem Kader expedierte, war das womöglich nur eine Ersatzhandlung, wie Psychoanalytiker das nennen, für den versäumten eigenen Abgang nach der total verkorksten Russland-WM? Wir können nicht in den Bundesübungsleiter hineinschauen, sondern nur spekulieren, was ihn jetzt dazu bewogen hat, zumindest den Tor- wie Wortwitz gefährlichen Stürmer Müller und den Comeback erfahrenen Hummels wieder für die anstehende Europameisterschaft zu nominieren. Der Druck der Straße vielleicht, also jener Abermillionen heimlicher Nationaltrainer, die vor ihren Flatscreen-TV-Geräten oder über die Sportbild gebeugt schon immer überzeugt davon waren, wäre es nach ihnen gegangen, hätte das Team seit Bern 1954 jedes Länderspiel oder wenigstens jedes große Turnier gewonnen. Oder hat sich der Schwarzwälder Löw in die philosophische Bibliothek des Deutschen Fußballbunds begeben, um dort im aphoristischen Gesamtwerk der Kickerwelt Argumente zu finden für die Wiedereinladung der damals vom Thron gestoßenen Leistungsträger aus Dortmund und München? Wer weiß, vielleicht ist ihm ja die Sentenz des Hasan Salihamidzic ins Auge gesprungen, man sollte die Tür nie zu- oder aufmachen. Denkmuster, über die man lange sinniert. Keinesfalls darf man Parallelen zur aktuellen Politik ziehen beim Thema Nachnominierungen. Obwohl natürlich viele sofort frenetisch applaudieren würden, hätte man dem Kandidaten Markus Söder die Tür nicht zugemacht und würde ihn bei gleichbleibend schlechten Umfragewerten als Unionssturmspitze für die Bundestagswahl. Ja, der Konjunktiv bringt uns weder auf dem Platz noch im Politikgeschäft weiter. Keiner hat das je so prägnant formuliert wie der fußballaffine fränkische Reimguru Lothar Matthäus. Wäre, wäre Fahrradkette. Keiner hat das je so prägnant ver��, ja was habt ihr senza Fragen verdientUL Haw odds oder auf dem Platz auch nicht zu近? Wären wir sich ganz gerne bei mir,